Wer macht mich? Keine Frage, wir waren neugierig. Genauso wie die Besucher des zweiten Klangspektakels auf den Würzberg in Landwüst. Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Aussichtsturmes, der im Volksmund auch gerne als Ufo oder Zitronenpresse bezeichnet wird, hatte die Veranstaltung 2011 Premiere. Veranstalter Bernd Müller plakatierte, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ohne Programm, wir wollen den Tag genießen, mit Musik. Jedoch nicht unbedingt mit gewöhnlicher Musik. Ob die Klänge, die von Würzberg schalten, ungewöhnlich waren, das können wir nicht beantworten und die Frage stand auch nicht im Raum. Veranstalter Bernd Müller hat bewusst nicht nur Berufsmusiker angesprochen. Im Gegenteil. Das ist sowohl Laien, Kinder, Erwachsene, Alte, Junge, Leute, die noch nie ein Instrument in der Hand gehabt haben, die sich natürlich trauen müssen. Und das Trauen kann man nicht sagen, mach doch mal, sondern wie vorsichtiges Herangehen an ein Instrument. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, oh, ich kann nicht singen. Natürlich kann man nicht, manche nicht singen wie, was weiß ich, irgendein Opernsänger, irgendein Superstar, aber darum geht es mir nicht, sondern wir machen Musik zusammen, wir begegnen uns, wir tauschen uns aus, wir essen uns zusammen, wir trinken zusammen, erleben uns. Der Profimusiker, der Mensch aus dem Dorf Landwüst. Auch Nachbarn aus Böhmen und Bayern fanden den Weg zum Würzberg. Ich habe immer so eine kleine Sehnsucht nach der Begegnung von Kulturen. Also das habe ich in Leipzig durch mein Studium sehr genossen. Ich war viel mit Ausländern zusammen. Und sich dieses auszutauschen, damit die Angst vor dem Fremden auch weg geht. Die Angst vor dem Fremden ist bei vielen Menschen so, ist auch logisch und natürlich, was ich nicht kenne, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Das ist die natürliche Rücksicht. Und wenn ich natürlich sowas mache hier oben, Experimente und sonst wie mit Musik, dann guckt man erstmal ein bisschen zu und das ist auch gut. Und man kann auch weggehen, man muss das nicht machen. Man hat die Freiheit es zu tun. Und wenn man sich einmal überwunden hat, dann macht es auch Spaß. Jeder Mensch kann aufgehen in seiner Sache, wenn diese Gabe, die er hat, auch wirklich nützt. Bernd Müller hat keine musikalische Ausbildung. Ich bin selber musikalischer Leier, also ich habe nie ein Instrument gelernt. Es geht ja auch nicht darum, musikalische Höchstleistungen zu verbringen. Je älter ich werde, je mehr merke ich, dass die Faszination darin besteht, den Mut zu haben, etwas zu tun. Auch oder besonders den Mut zu etwas Neuem. Und ich möchte aber gerne auch ein bisschen modernere Sachen, experimentellere Sachen. Nicht bloß die Klassik. Der Besucher kommt aus Leipzig hier, der sagt, ja, Bad Elster ist so toll und so weiter. Ist auch okay. Bernd Müller hat nichts gegen die Traditionen in der Musikregion. Doch ist es für den musikalischen Laien eben unproblematischer, mit einfachen Instrumenten umzugehen? Oder? Mit seiner eigenen Stimme. Man muss gar kein Instrument. Man nimmt das Mikrofon. Da haben wir dieses Jahr das erste Mal Strom hier. Und versuchen das mit Strom noch ein bisschen zu verstärken, zu verzerren. Aber wie gesagt, diesen Raum, diesen Berg angepasst. Also keine Rockmusik, keine klassischen, sag ich mal, Genres bedienen, sondern Versuch, mit den ganzen Instrumentarien, die ich habe, die die Leute mitbringen, dort einen gewissen Einklang zu bringen. Nicht Gleichklang, Einklang. Einklang eben im doppelten Sinne. Ca. 60 Besucher fanden an diesem Tag den Weg zum Würzberg. Auch wenn sich nicht alle dazu durchgerungen haben, aktiv zu werden, Band Müller sieht es als Erfolg. Und einer dritten Auflage des Klangspektakels steht nichts im Wege. Aktien peso fanden an diesem Tag zu spielen. Und darum sieht es zu diesen Tag im Ohr. Da! Da! Da!